Die 5067, das ist eine Suite. Hier sehen Sie die Suite. Das ist das Waschbecken auch viel größer. Die Dusche ist viel größer. Die Toilette ist das gleiche. Das ist ungefähr das gleiche. Und hier hat man dann zwei große Schlafzimmer in der Suite. Das ist alles. Da passen sogar. Hier hat man noch einmal. Da hat man auch zwei Balkone vorne raus. Schöne Schränke. Super, super toll. Mit Fernseh. Und hat dann direkt einen Meerblick vorne raus. Da kann man dann vorne. Sieht man dann schön. Einen kleinen Balkon. Und schaut dann direkt, man sieht es da ganz vorne. Man kann direkt dann schön schauen auf den Strand. Hier auf Lassebar. Das ist Weltkulturerbe. Das ist direkt da herrücken. Da sollte man auf jeden Fall einen Ausflug hin machen. Ganz, ganz schön. Vielen Dank. Danke.